San Antonio Riverwalk San Antonio Riverwalk San Antonio Riverwalk Oh, der Piefgegen Nein, jetzt ist die Leist wieder weg Ähm, wo war's? Doch Yeah, also oben weiß ich das nicht Mit meinem Fähigkeiten Mit Spielernothor Perfekt Pass Oh mein Gott, die gelbe Leiste oben rechts Ja, wenn ich wieder auswechse, dann ist sie wieder da Die Bugs sind kacke Also Fehler im Spiel Ein bisschen schade Oh, not the revoke Oh, der McGee aber passend halt auch Oh Oh Wir sind jetzt die Glade Wahnsinn 갑자기 Wer Catalog also Vielen Dank Oh Nein, er durfte Oh, 2 gegen 2, 3 gegen 2, und er passt. Aber er trifft. 10 Punkte Rutschstrand. Kein Vorsprung, aber nicht. Zählen die? Zähl das, zähl das, zähl das, zähl das. Einfach zu spät, yeah. Schön. 17 Punkte Rutschstrand. Habe ich jetzt einen Minus? Also, der kleine Ball wieder? Oder ist das wieder... Nee. Da, da. Jetzt, äh, ich gebe Allah. Starts auf der zweiten Hälfte. Er, da ist noch nicht. Oh, und noch ein Endborn. Oh mein Gott. Einzige Punkte. Schön schön. Etwas Dusch. Nein, mein erster Freiwurf, den ich nicht getroffen habe. Tony Parker, den da verdient. Ist das nicht irgendwie gut Wurfdefence? Die Auszeit hat mir nichts gemacht mit der Notwehr da oben. Wer verteilt mich denn? 19.18. Ja, das ist ein starker Start. Ja, das ist ein starker Start. Uh, ich ging den Danken der Rookie gegen. Oh, die Wurfdefence. Schön. 9 Punkte bis der Fortschrung am Ende. So, Ty Lawson. Hätte es mir gepasst. Der gelbe ist sowas noch nicht. Ja... Oh, ich? Ich? Was ist das denn? Und die Matchplanung ist wieder da. Ah, Minus, yay. Ist doch schön. Oh, schade. Mills. Gallinari ist im Spiel. Parker ist unten. Und dann... Step Back. Ach, Mann. Dann passen wir. Dann passen wir. Chandler. Was war das denn für ein Pass? Ah... Nein. Es war schlecht. Jetzt trifft er und jetzt hat er mich wieder noch schlechter. Schöntler. Ah, wie denn es ist. Schön. Schön, schön. Schöntler. Tony Parker. Green. Outside vor allem, ja. Es ist der Fall durch und trifft. Das ist der Fall für Mills. Wir können das schaffen. Container passen. Ganz. Container passen. Container. Egal. Naja. Es ist egal. Im Moment bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Aber nur im Moment. Yeah, noch mal überrund. Magicians got five Rebounds tonight. Really strong performance by them so far in the glass. Gallinari for free. Assist. Uh. Meine Statistiken gehen wieder hoch. Also meine Rebound-Statistiken und meine Assist-Statistiken. Also das noch im vierten Viertel fortsetzt. So, jetzt mal ein Pick'n'Roll wieder mit Wilson Chandler. Und Lex Assist. Ja, Gallinari du warst frei, aber... Egal. Lex Assist. Was ist es? Parkour. Er wird selbst werfen. Na gut. Wenn es das Pferd wird. Ja, stimmt. John Ronald, die Celtics ist ja auch die Frage, was mit ihm los ist. Also, die Celtics ist ja... Im Dezember sind wir, also Version 1 nur richtig gut gespielt. Und die Nicks, äh, die Celtics auch nicht. Naja, aber wir spielen gerade gegen San Antonio ist eine andere Sache. Na, Gallinari. Was ist denn heute mit Gallinari? Was ist denn hier los? Was griffen wir alles? Oder warum werde ich die sofort... Äh... Weil die Match-Up wird bei mir sofort der Zwungen geballt. Hat er das los, oder was? Mal gucken, kommt der Pass an? Nö. Nein, Mann. Der Pass kommt nicht an. Das ist so scheiße. Gutes Foul, das war ein Block. Und der Tupf. Und der Tupf. Und mit zwei Stilern heute, er hat einen Impact-Defensiv. Keine Frage. Viele Male haben wir gesehen, wie gut er antizipiert, wo der Gegner sein wird. Aber, äh, den Wunsch, der 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 Wunsch. Okay, so geht's schon mal. So fängt's schon mal an. Also nicht gut, aber... Ach, zu Miki würde ich da gar nicht passen. Alter! Was ist das denn? Hat er jetzt 40 Steals jetzt? Doofa. Oh, komm schon. Okay, nie mit mir. Passt nicht mehr den Ballen zu, ja. Wir verkacken's wieder. Wir verkacken's wieder. War doch klar, dass er gespielt wird. Wir verkacken's wieder. Wird sich ausgewechselt. Aber 17 Punkte für, ja, ich bin draußen, der schafft es wieder. Schön! Äh, wie geht's eigentlich in der Leistung? Wollt um mich, schön! Ich sollte aber mal wieder Wandmannschaft, deswegen heilen, weil wir sind jetzt 90 Punkte, 6 Assists ist jetzt nicht so überragend. So 20, 10 wäre schön, aber schaffe ich nicht. Und das Faust provoziert. Schön. Etwas zu spät, jetzt treffe ich wieder beide nicht. Wusste ich es doch. Ah ja, kein Kommentar. Aber immerhin treffe ich den Dunk und er... Immerhin treffe ich den Dunk und ich mache mich gestört, dass ich ihn verkratzt habe. Ah, weil die frei wirft. Ich spreche, dass ich kann. Woher soll ich wissen, dass er dahinten ist? Woher soll ich jetzt gehen? Oder? 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 Nein, einfach schaffe. Tony Parker. Schöner Block. Degadala, Anker. Schön. Hätte ich den noch vertändelt, das wäre schrecklich gewesen. Boah, jetzt spielen wir die über Fast... Spielen wir das Burst über des Pass Breaks. Spielen wir die über Fast Breaks, äh, gut. Der Pass war unnötig. Ich habe den zwar gefordert, aber... Weil er konnte ja vielleicht ankommen, aber... Solange er nicht anfängt, sind alle Piss ab unnötig. 23 Punkte schreien. 23 Punkte schreien. Und... Es ist ja auch eigentlich interessant, ob wie viele von euch, die gerade gucken, auch an sich... äh... selbst... bei Fast Breaks spielen. Also... Oder... Warum die auf Fast Breaks sind. Weil es ja eher eine... Hal... äh... Nicht so bekannt für Fußball und... Und... So... Ähm... So... Ähm... Ähm... Oh... Wie kommt das? Ähm... 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 Mäcki... 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 Alter, was ruckelst denn? Was ruckelst denn? Was ruckelst denn? Okay, dann gucken wir mal erst mal die Leistung an. So... Elf Highlight spezial. Wie klingt das denn? Sollte ich doch eigentlich gönnen, 4 Körnern. Und da ist er bald raus. Ich werde auswechseln, wieder ein Körnern, tschuld. Meine Sitz-Zahn-Diener war schrecklich gebracht unter, seitdem ich im ersten Viertel seine Malt Ego gehe. BAM! Das war jetzt vollständig, ja ganz klar. Das war jetzt perfekt. Oh, McGee! Schön. Quickspin. Und 27.5. Ist gut. Fettmess. Zinobli. Egedala. Noch ein Spin. Oh, ich bin on fire. Äh, A meine ich. Noch 1, 20 Punkte. Schön. Oh, er hat sofort eingewechselt und 6 Punkte gemacht. Ist gut. Mills. Boah, ich bin on fire. Ist gut. Ja, ich bin on fire. Gronnuggets liegen bei 17. Magic. Und das ist jetzt. Oh, gleich hab ich abgelöst. Äh, A meine ich. Oh, ich spiel am fire. Hätte ich wahrscheinlich auch ein Match-Up werfen können, also... 20 Punkte Vorsprung. Splitter. Ah, Mann. Das war jetzt nicht so gut schlau. Ja, wie heißt das nicht? Wie schnell das geht? Sechs Punkte gemacht. So, 30 Punkte einfach durchgerusht. Das geht ja, falls man am Pfeil ist. Ach, schwer. Was ist denn Rampfen denn? Yeah. Nein, ich hab nicht getroffen. Nein, 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 nein. Schade. Da wollte ich, glaube ich, zu viel erreichen. Bin ich jetzt noch einig im Pfeil, da kann ich doch den Treffen theoretisch, oder? Egal. Ordentlich Leistung. Dankeschön, Coach. Mehr Punkte für mich. Mehr Punkte für mich. Mehr Punkte für mich. Mehr Punkte für mich. Und ich bin Spieler des Spiels, ja schon. Eindreich Punkte. Fünf Programme, sieben Assists. Ist... Ordentlich. Fähig. Und auch ordentliche Fähigkeitspunkte. Schön. Der Blick. Da-da-da. Beenden. Gucken was in der Presence. After the game, you were chosen as the Jordan-Player of the game. Yay. Wie fühlt sich das? Äh... Es war ein toller Team Sieg? Oder Anerkennung zu bekommen ist schön? Ja, Anerkennung zu bekommen ist schön. Yay. Fans. Eindeutig Unterhaltungsspieler verfügbar. Cool. Das können wir ja gleich sofort machen, oder? Spiele in 50 NBA Spielen. Was? 73 abgeschlossenes Spiel und 50. Hä? Da, hier steht doch 73. Wie hab ich denn 50? Egal. Chris Palmer, jaja. Genau. Stimmt, stimmt. Ach, da geh ich mal grad kurz zum General Manager und frag den mal aus, was es da gibt. Was ich für ein neues Unterhaltungsthema habe. Komme ich jetzt mehr Minuten? Alles gut Arbeit, keine gute... Der Leistung. Ja, ich bin wirklich glücklich, wie der Coach mit diesem Team handelt. Ich fühle mich wirklich, wie er die Aufmerksamkeit hat. Das ist eine gute Sache für diese Franchise. Die Frage ist, warum ich ja den Sleaf beim Gespräch... Der Team geht in die richtige Richtung und er hat unsere vollen Unterstützung. Ja. Ja. No doubt. Alright, well, uh, thank you. Thank you. And, uh, good talk, man. I'll, I'll see you later. Of course, we've got the upcoming game against the Nets. Oh, die Brooklyn. Bestes Block out there. Gegen Brooklyn das nächste Spiel. Ähm, wo ist es... ...Spieler? Ne, Team war das. Rotation. So war das. 34 Minuten hab ich. Ja, Kader... Wo bin ich da eigentlich? Ist das nicht ganz unten? Ne. 66... ...Gesamtwertung. Rotation C. Post-Defense F. Mhm, 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 mhm. Basketball-Coupé. Okay, alles so C und so. Naja. Jedenfalls beende ich... ... jetzt mal diese Aufnahme und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüssi.